Heute ist nicht nur der Tag der Schokolade, sondern auch wiedermals Zeit für ein Top-Spiele-App-Video hier auf diesem Kanal. Somit stelle ich dir heute wieder die 5 besten und erfolgreichsten Spiele-Apps für diesen Monat vor. Alle gezeigten Apps sind kostenlos und sowohl über iTunes als auch über den Play Store zu haben. Alle Links zum Downloaden der App findest du unten in der Videobeschreibung. Am Ende des Videos kommt meine persönliche Spielempfehlung, also bleib bis zum Ende dran. Viel Spaß! Jeden Monat die Top-Spiele-Apps und weitere gut strukturierte Videos rund um Hard- und Software vom PC sowie vom Handy findest du auf meinem Kanal. Den ersten Platz auf unserem heutigen Ranking belegt die sehr atmosphärische Spiele-App Skyrusher. Fliege dein Luftfahrzeug durch einen weltallartigen Hindernistunnel. Weiche den Barrikaden geschickt aus. Am Anfang leicht irritierend die verdrehte Steuerung, erweckt das Spiel dennoch schnell den gewissen Reiz. Gelingt es dir während der Manöver die weißen Punkte aufzusammeln, kannst du dir im Laufe der Zeit dein Vehikel aufwerten, die ein komplett neues zulegen. Ein sehr spaßiges und nach dem Gewöhnen an die Steuerung schönes Spiel, welches perfekt für den Zeitvertreib zwischendurch gemacht ist. Der Name der Anwendung auf diesem Platz verrät schon teils des Spielprinzips. Drop the Ball nennt sich diese Anwendung, in der es darum geht, einen Ball den langsam hochkommenden Blücken entgegenzuwerfen und so zu versuchen, mit einem Zug möglichst viel gleichzeitig zu eliminieren. Die unterschiedlichsten Farben und Formen, die mit jedem Zug näher kommen und darauf warten, rechtzeitig zerstört zu werden. Im weiteren Spielverlauf wächst die Zahl, wie oft ein einzelner Block getroffen werden muss. Auffallend einfach grafisch gestaltet, so auch für ältere Smartphones gemacht, erweckt die App großen Spielspaß. Lass uns abtauchen in eine nachdenkliche und besinnliche Welt. Das Spiel Cupway öffnet das Tor zu einer anderen Dimension. Sehr entspannend und idyllisch erlaubt es uns das Spiel mal komplett abzutauchen. Verwende hierfür am besten Kopfhörer. Ziel des Spieles ist es, den Punkt durch die Hinderniswelt zu bringen, bei der unterschiedlichste Verhalten musste auf die Probe gestellt werden. Einmal gilt es besonders schnell zu sein und ein anderes Mal geht es genau darum, Geduld und Durchhaltevermögen mitzubringen. Lasse das Spiel einmal auf dich wirken. Den Download-Link findest du unten in der Videobeschreibung. Alle geschickten Spieler kommen mit diesem Spiel wohl voll auf ihre Kosten. Lupin nennt sich die schöne App, bei der Rätseln und Überlegen an der Tagesordnung steht. Sehr einfaches Spielprinzip, dennoch im weiteren Verlauf immer kniffliger. Sollen die hellblauen Punkte so fixiert werden, dass es nach Möglichkeit in der unteren ablaufenden Zeit zu keinerlei Kollisionen kommt. Unterteilt ist das Spielfeld in mehrere Elemente, die unabhängig voneinander gestoppt werden können. Jetzt ist das richtige Timing gefragt. Berühren sich die Elemente, beginnt die Zeit von vorne. Demnach ist hier besonderes wachsames Spielen gefragt. Die letzte App für das heutige Video hört auf den Namen Dragon Boom. Man schlüpft in die Rolle eines Drachen, der mit Feuer gegen die einheimischen Ritter ankämpfen muss. Mit dem Gedrückthalten auf der rechten Seite des Bildschirms kann man eine Feuerkugel abschießen. In Kombination mit der richtigen Bewegung und dem Slow-Motion-Effekt können so wirklich sehr waghalsige Stunts entstehen. Das weckt extrem großen Spielspaß und lädt jedes Mal zu einer erneuten Runde ein. Erobere die Burg und vernichte sämtliche Gegner in ausgesprochen coolen Moves. 1A geeignet für die Zeitüberbrückung ist das Spiel im Offline-Modus auch ohne Werbung spielbar. War bisher doch nicht die richtige Spiele-App für dich dabei, so schau mal in das jetzt verlinkte Video. Weitere Videos dieser Art findest du auf meinem YouTube-Kanal. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Hau rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!